Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wie auf die Jagd nach ein Ticket und heute habe ich noch ein Spiel. Jungs-Genre, wie heißt das? Wimmel-Bild-Detektiv-Spiel. Viel Spaß! Ok, und los geht es. Wir werden erstmal das ganze Geld abholen. 12.193. Wir werden ein paar Geschenke abholen. Oh, ich kann länger spielen. Kriege ich den auch? Ne, schade. Also, das ist der 12. Tag, wo ich das Spiel spiele jetzt. Ok. Was haben wir da? Oh, und nochmal 60 mehr. Da kann ich ja richtig lang heute spielen. Ok. Dann gehen wir jetzt. Das ist das neue, was ich gekriegt habe. Geschenk von Strik Fee. Dankeschön, Strik Fee. Strik Fee. Und, ähm, ja. Wir machen natürlich den hier fertig, ne? Wir wollen ja alles gemeistert haben. Und da bin ich wieder. Ich wurde geschmissen, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Jetzt geht es aber los hier. 15. Okay. Energie. Kostet eine Runde. Ok. Eine Taube. Taube ist da. Die Baron waren hier. Reifenspuren waren unten. Ok. Dann geht es los. Reifenspuren. Tauben. Baron. Ähm. Karol Schild. Ne. Eine Glock. Ne. Baseballschläger. Der war doch hier. Ach, da. Baseballschläger. Schau mal erst wo. Ach, das war das. Karol. Ja, ja, ja. Jetzt weiß ich auch wieder. Säge. Ein Herz und eine Glocke. Eine Glocke. Ah, da ist die Säge. Säge. Wandlaterne. Eine Wandlaterne. Ein Herz. Was ist das denn los? Ich finde heute ja gar nichts. Ich muss irgendwie wahrscheinlich so rumsetzen. Damit meine Augen nicht mehr aufgerissen werden. Teleskop. Ach, da oben. Das war gut versteckt. Eine Tasse. Tasse. Tasse, Herz und Wandlaterne. Eine Laterne. Eine Wandlaterne hängt doch. Das da ist. Die ist ja gar nichts. Na, das ist das Herz. Tasse. Ein Vogelkäfig. Vogelkäfig. Habe ich schon mal gehabt hier. Da. Da ist das. Da habe ich sogar ein paar Mal dran vorbeigeguckt. So, ne. Aber. Vogelkäfig. Wo ist jetzt der Vogelkäfig? Verfluchte Schei. Normal. Oh, geschafft. Das war. Meisterhaft. Wie viel Prozent habe ich? Und wie viel Prozent? Ah. Oh, sieben Prozent habe ich geschafft. Nein. Umso schnell man es schafft, du nicht mehr Prozent kriegt man. Oh. Strickfehl ist vor mir. Ja. Dich kriege ich noch. Okay. Reifenspuren. Die Meise, die war hier oben irgendwo. Und... Mach... Mach... Kiese. Mach... Kiese. Ist ja nicht schon... Äh, was... So ein Vorhang. Das wäre bestimmt dann da hinten. Reifenspuren. Hä? Das ist die Marquise da. Efeu. Die Meise. Das ist keine Meise. Das ist... Das ist Vogel. Äh... 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 Die Glocke. Die Glocke war... Haben wir auch gehabt. Da. Hinter den Schild. Blumenkasten. Phase. Glocke. Ein Gewehr. Seinschlinge. Ein Kasten. Handabdruck. Abreißstreifen. Ist denn hier ein Abreißstaser? Seinschlinge. Wer möchte sich denn hier erhängen? Ah, da. Uh. Und? Löwe ab? Nicht? Okay. Ach, die Punkte waren schon drauf. 21 Prozent. Okay. Löwe. Nummer 13. Und ein Teppich. Der Teppich war da oben. Der Löwe weiß ich noch. War hier irgendwo. Glauben. Bin ich? Die Nummer 13. 13 ist da. 13. Deppich. Zug. Da war der Löwe. Herz haben wir auch schon gehabt. Gewehr haben wir gehabt. Sei gewinnt. Käfer. Haben wir hier. Die Tasse war da. Vogelkäfig war da nicht. Foto aber einfach. Okay. Drei gewinnt. Das ist also das Kreuz und X Spiel, ja. Wo war der Vogelkäfig? Da. Vogelkäfig. Sionette. Da ist Drei gewinnt. Eine Sionette. 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 Sionette, wo ist die nette Sionette? Was ist eine Sionette? Das war ein Foto. Sionette, ich habe es schon gehört. Was war eine Sionette? Ach, ein Schatten. Ah, 33. Ich habe dich gleich. Ich bin gleich Platz Nummer 5. Ich bin gleich Platz Nummer 5. Ein Holzfass, das ist da oben. Ein Flugzeug, Fensterladen. Okay, Fensterladen. Ein Herz. Ein Messer. Ein Blumenkasten. Eine Fahne. Eine Tasse. Ein Kasten. Eine Wandlaterne. Ah, das war die Glocke. Wo war die Wandlaterne? Da war die Wandlaterne. Einen Regenschirm. Pentagramm. Und wo ist das Pentagramm? Regenschirm und Pentagramm ist... In den Reifen drin. Oh, das war doch jetzt hier, oder? So. Die Axt im Walde ist da. Das Fahrrad ist da. Frau auf Poster ist da. Frau auf Poster. Rad. Die Axt. Drei Gewinnt war da. Was ist wie ein Gewehr war da. Willkommensschild. Willkommensschild. Die Glocke. Ein Wasserspeier. Ein Kasten. Ein Teleskop. Ein Schlüssel. Abrissstreifen war hier. Schlüssel. Ach, da riecht das schon komisch hin. Schlüssel. 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 Wo bist du? Habt ihr nicht gesehen, weil ich da vorstehe. Vorstehe? Vorsitz? Hahaha. So. Weiter geht's. Buchstabe Y. Ein Flugzeug. Ein Marquise. 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 Flugzeug. Zug. Fahne. Herz. Gewehr. 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 Ich bin auf Platz 1. Ich schreie nie. Schau nicht. Schau nicht. Ach. Die 2% kriege ich jetzt nicht. Ganz locker. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Telefonzelle. Die Meise. Die war. Da oben glaube ich. versteckt. Megafon. Ich weiß es nicht. Ich drücke einfach. Ach. Die war da oben versteckt. Frau auf Poster. Eine Glocke. Ein Pentagramm. Ein Z-Buchstabe. Ein Vorhänger. Ein Vorhänger. Na? Wo sind die Vorhänger? Was sind die Kartinen? Ach. Megafon. Eine Schwille. Da. Abreißtreifen. Haben wir da. Eine Syonette. Da ist der Schatten. Ein Kasten. Da. 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 Ein Vorhänger. Deutsch. Lass sein. Oder? Vorhänger. Da. Ein Schloss sein. Nein. Aber alles ist gut. Ich habe diese Runde gemeistert. Ich bin auf jeden Fall Platz Nummer 1. Beim besten. Ach. Besser geht es gar nicht. Gemeistert. Alles voll. Gemeistert. Ja. Level 10. Ich kann auch das schon machen. Ich habe 20 Stellen von 20. Aber ich muss erstmal den D-Bahn wahrscheinlich finden. Hm. Nein. Schauen wir mal. Die erste Runde ist ja immer ganz leicht von das Level. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt erstmal wieder ganz leicht werden. Und dann wird es noch schwieriger. Eine Cocktail habe ich hier. Ein Käseplatte habe ich hier. Ein Zimmer. Palmenpflanze. Ein Arschenbecher. Ein Teller. Eine Pfeife. Ein Grammophon. Ein Grammophon haben wir da. Eine Laterne haben wir da. Pfeife und Teller. Da ist auch ein Teller drunter. Da. Teller. Und das ist auch eine Pfeife. Wo ist die Pfeife? Die. Die. War gut versteckt. Oh. Ich habe das erste gefunden. Oh Gott. Und? Wer ist Platz? Ach. Sieben. Aber. Vorsicht. Ich werde besser. Oliven. Schall. Platten. Oh. Platte ist bestimmt hier unten. Laterne. 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 Oliven. Käseplatte. Scheiplatte. Die Pfeife haben wir da gehabt. Scheiplatte. Die Pfeife haben wir da gehabt. Arschenbecher mal hier. Ein Poster. Nicht das Poster. Das. Das. Verdrühlt Poster. Nein. Da ist die Scheiplatte. Da ist die Scheiplatte. noch das Funkgerät. Wo ist das Funkgerät? Wo ist das Funkgerät? Die Tür sieht gefährlich aus. Das ist ein Funkgerät? Das hat die Tasche. Hm. Oh. Jetzt wird es schwieriger. Leute. Der Fahrtwind wird schneller. Nicht nur für mich. Für euch auch. Ja. Kramophon. Laterne. Teller. Teller an. Laterne. Kramophon. Zitrone. Für. Ja. Da habe ich gerade gesehen, wo ich drauf gedrückt habe. Geldbörse. Knopfeln. Knopfeln. Das war groß. Kronkorken. Ach. Ein Kronkorken. Espresso. Kanne. Notdünnschlüssel. Und eine Zitrone. Zitrone. Und immer noch siebter. Aber ich komme schon immer her. Salz und Pfeffer. Es wird immer mehr hier auf dem Tisch. Das Poster und der Aschenbecher. Weil ich sind so als das ein Gewehr. Ok. Poster. Der Aschenbecher. Die Oliven. Die Zitrone. Die Kronkorken. Die Kaffeemühle. Ausgangsschild. Ich kann da nicht drauf drücken. So. Jetzt. Salz und Pfeffer. Eine Boxhandschuhe. Ausgangsschild. Exit. Und die Speisekarte. Nein. Was ist die Speisekarte? Hat er hier oben eine Speisekarte? Er verkauft doch bestimmt kein Essen. Ah. Spielkarte. Spielkarte. Wormlesig Speisekarte. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist die Speisekarte? Brustach. Grammophon. Und die Scheib Platte war hier oben. Notenschüssel, gelbe Blöse. Die Spielkarte. Espresso-Kanne. ein füller eine kaffeemühle und eine gelbe pluie 100% 88 88 88 und das war glaube ich die letzte runde notenschlüssel laterne und funke das funker jetzt erst weg ja notenschlüssel notenschlüssel laterne funkgerät zitrone ausgangsschild kronkorken tasche espresso kann diamant gabel hat er in der hand zerrissenes hemd das ist nicht zerrissen diamant und kreidetafel kreidetafel ist doch hier auf dem tisch zurück zur insel ich muss jetzt einmal zurück zur insel ich muss meine taschen alle aufmachen also die koffer die ich gekriegt habe vielleicht ist da ja wieder ein bisschen energie drin 14 stunden wo dann bau du mal 2 öffnen öffnen ich sage vielleicht ist da ein spiel nein ich will nicht kaufen was haben wir hier jetzt egal wir gehen auch nichts und das spiel dafür ein cello wo ist der cello liebe man da und der funkgerät da cello funkgerät oliven regenschirm eine kaffee eine gelbe blume eine zitrone die gabel hat da immer noch in der hand eine tasche auf den dresen ventilator breitsela da ist da ich kann nicht mehr na gut ich würde mal sagen das war's für heute ich hoffe ihr habt den spaß ich werde das spiel die getze beenden in einer minute oder auch schneller juppi beenden und dann sage ich Dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr noch nicht mehr dabei seid bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen tschüss bleibt fit bis dann